Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, also viele von Ihnen waren schon mal bei einem Kamingespräch hier oder haben vielleicht das ein oder andere Kamingespräch auf unserem Portal, unserer Webseite gesehen. Wir machen das jetzt seit einiger Zeit und nehmen diese Kamingespräche zum Anlass, um über ganz bestimmte Themen rund um das Kalmai-Museum und rund um die Kalmai-Szene zu diskutieren. Wir hatten im letzten Jahr zu unserem Jahresthema und Friede auf Erden Spezialthemen diskutiert, verschiedene Spezialthemen. Die sind alle abrufbar, werden auch sehr viel abgerufen und ich freue mich ganz besonders, dass wir zu unserem derzeitigen Jahresthema die Deutschen und ihre Indianer das erste Kamingespräche veranstalten dürfen. Die Kamingespräche sind ein Format, das sich als, ich nenne es mal, Studioformat beschreiben lässt. Wir freuen uns ganz besonders über die Gäste, die heute auch anwesend sind. Ziel ist es aber darüber hinaus, dass die Filme dann auch einer Allgemeinheit und einem interessierten Publikum zur Verfügung gestellt werden. Also zu den Kamingesprächen, um das vielleicht am Rande zu erwähnen, die wir bereits online gestellt haben, haben wir Aufrufe, so zwischen 300 und 500 die Kamingespräche. Das heißt, die finden gute Verbreitung und das freut uns sehr, dass wir die Gespräche, die wir mit ausgewählten und sehr kompetenten Gästen zum Thema führen, auch entsprechend weitergetragen werden. In diesem Jahr also unser Jahresthema, die Deutschen und ihre Indianer. Und wir haben heute das erste Thema, das sich rankt um die Vermarktung der Indianer und Wildwestfaszination. Es ist ein Thema, das sich ganz stark mit der großen Frage auch beschäftigt, wie populär sind Indianer und Cowboy, wie populär ist der Wilde Westen noch, wie wird er vermarktet, welche Themen werden gezielt angesprochen, welche Zielgruppen werden angesprochen und darüber werden wir heute diskutieren. Ein bisschen Werbung in eigener Sache sei gestattet. Im Mai wird es das nächste Thema geben, und zwar ein sehr historisches Thema, im Gegensatz zu heute, aber es wird also ein sehr aktuelles Thema werden. Es wird um Wildwestshows gehen, es wird um die Szene der Wildwestshows gehen. Danach im September eine große Diskussion, die wir überschrieben haben, Ostindianer, Westindianer. Wie hat sich also die Szene der Indianerbegeisterung im Ost und West sehr unterschiedlich entwickelt. Und abschließend im November stellen wir die ganz große Frage, die uns permanent in den Medien begegnet, gerade jetzt wieder aus Thüringen. Es gibt also auch andere Themen in Thüringen. Dürfen wir noch Indianer spielen? Das wird unser Abschlussthema. Heute aber, und jetzt kommen wir zu unserem Gast, über den ich mich ganz, ganz besonders freue, ist Herr Bernhard Schmidt bei uns. Und der Bernhard Schmidt ist sehr, sehr gut bekannt, weit über die Karl-Mai-Szene hinaus. Er ist also der Verlagsleiter des Karl-Mai-Verlags. Ein großer, großer Kenner Karl-Mais. Und jemand, der darüber hinaus eben auch sein Fach ausnahmslos gut beherrscht. Fach im Sinne von Verlage, einen Verlag aufzubauen, einen Verlag zu leiten und vor allem auch ein Händchen und ein Näschen dafür zu haben, wie sich so ein Verlag weiterentwickelt. Herr Schmidt ist Historiker. Er hat also einen historischen Zugang zu den Themen und hat neuere Geschichte, aber auch Buch- und Bibliothekskunde studiert an der Universität in Erlangen. Und er hat abgeschlossen, 1987, also nicht allzu lange her, mit dem Magisteratium. Seine berufliche Laufbahn ist die eines Verlagsmanagers, sage ich mal. Er hat mit einem Volontariat begonnen in Wien, war dann drei Jahre lang Verkaufsleiter beim Boje-Verlag und Pestalozzi-Verlag in Erlangen. Er hat dann als Assistent der Geschäftsführung im Karl-Mai-Verlag begonnen und dann, das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, den Karl-Mai-Verlag Bamberg mit übernommen. Nebenbei bietet er sich immer wieder an für Lehraufträge, die er leitet, um eben gerade im Fach Literaturvermittlung an der Universität Bamberg, also es geht um Verlagsarbeit, Studierenden die Möglichkeit zu geben, von seinem Erfahrungsschatz zu partizipieren. Seit 2007 ist er alleiniger geschäftsführender geschäftsführender Gesellschafter der Karl-Mai-Verlags GmbH und als solcher und vor allem Kenner der Szene ist er heute bei uns. Also herzlich willkommen, Herr Schmidt, im Karl-Mai-Museum beim Karl-Mai-Museum. Die Hobbys darf ich nicht vorenthalten, die haben Sie mir auch noch genannt. Also ein Hobby ist Westernreiten mit eigenem Pferd, Schach, das scheint vielleicht genetisch verankert zu sein, Skifahren und natürlich lesen. Ja, also herzlich willkommen nochmal, Herr Schmidt. Ich möchte ganz gern mit Ihnen in das Thema dahingehend einsteigen, dass wir, also es ist ja ein sehr vielschichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen. Wir wissen alle, dass Sie als Karl-Mai-Spezialist, als Karl-Mai-Verleger und als Kenner der Karl-Mai-Szene vermutlich mit unterschreiben würden, dass das Thema der Vermarktung der Indianer und Wild West-Faszination, also über Merchandise, über Film, über Bühne, über Buch, begann mit Karl-Mai. Wir haben das in unserer Ausstellung hier auch entsprechend formuliert, wir haben geschrieben, Karl-Mai ist gewissermaßen die Keimzelle der Indianerbegeisterung in Deutschland. Man kann es relativieren, dass es eine der Keimzellen ist, aber es ist wahrscheinlich eine ganz, ganz wichtige. Wie würden Sie dieses Thema einschätzen? Also wenn Sie einfach mal kurz zusammenfassen, vielleicht auch so ein bisschen historisch zur Vermarktung, wie ging das los? Also hat Karl-Mai dafür gesorgt, oder waren es dann doch eher die Filme, die auslösendes Element waren für die Vermarktung der Indianer und Wild West-Faszination? Ja, es ist eigentlich schon sehr lange und vielleicht länger, als man denkt. Nämlich, man sieht es zum Beispiel, wir haben ja eine Veröffentlichung Figurenwelten zu Karl-Mai und da die ersten Filmfiguren gab es ja schon, ich glaube sogar zu Karl-Mais-Zeiten und dann Fritz Ballard. Das ist ja auch eine Art Menschenreisen, also eine Art Faszination eben gebührlich darzustellen, wie die Protagonisten aus den Romanen. Aber es zieht sich eben durch über all die Jahre und es gab auch ein ganz Grünes, es gab Zigarettenmarken, die nach Karl-Mai genannt wurden. Und es gab alles Mögliche, auch frühe Karl-Mais-Spiele, auch zu Karl-Mais-Lebzeiten gab es vielleicht das allererste, das sind wir heute sehr gesucht bei Sammlern, aus den guten Kamerads, die Spiele, die sehr viele kennen die und lieben diese, da gab es zwei Stück. Und also auch das sind eigentlich schon die Anfänge. Was waren das in Schummel? Brettspiele, die eigentlich auf dem Papier waren, man musste ja nur Figuren, konnte man sich ausschneiden und da war eine Regel dabei und dann wahrscheinlich, weiß gar nicht, Würfel, glaube ich, dazu, den man dann wahrscheinlich dazu brauchte. Also ich habe es nie gespielt, deswegen muss ich das jetzt, aber ich sammle es nur. Und es ist aber sehr schön und da haben die Figuren, die Spielen haben eben Karl-Mai-Namen und das hat eben einen sehr engen Karl-Mai-Bezug. Und das ist so gesehen, der Anfang von Merchandising, das war praktisch noch nicht so lang, also es ist nicht so alt wie diese Spiele. Und das hat sich natürlich dann immer vergrößert und ganz, ganz groß ist es geworden, dann eigentlich in den berühmten Film der 60er Jahre, den erfolgreichen, das ist nach wie vor ja die erfolgreichste deutsche Filmserie, die es gibt. Und die hatte ungeahnte Ausmaße, sowohl im schon erfolgreichen Buchgeschäft, Karl-Mai war vorher schon der meistgelesene Schutztiller deutscher Sprache und wurde es dann noch mit fast einer Verdoppelung seiner Aufnahmen zahlt. Und da hatten die Filme der 60er Jahre eine Riesenanteile. Und die haben auch, das sind halt schon da, die dann auch eine Spitze getrieben, die auch so denkbar ist. Also es gibt heute Sammler, die sammeln nur sowas und dann haben sie einen ganzen Raum voll Dingen von, also es gibt so gesehen eigentlich nichts zu Karl-Mai. Man müsste schon umgekehrt eben überlegen, was gab es nicht zu Karl-Mai. Also Popflop für Beispiel, glaube ich, wird es noch gar, aber wahrscheinlich gab es den auch mal, oder die Waschlein. Nur leider aktuell eben, da fehlt was, da kommt man dann sicher noch dazu. Da wäre es schön, weil man braucht eben den Anlass für Merchandising, dass große Firmen, die sich hier ein Zeugetänen widmen, braucht man einen Anlass und da waren eben die Filme damals im Jahr. Und da gab es eben die Puzzles, die Spiele, und wir werden dann noch auf einiges stoßen und das zieht sich eben durch, aber es ist in letzter Zeit durchgeworden. Und Indianer und Western ist sicherlich, Karl-Mai für mich ist, denke ich, aber es gibt vielleicht Berufsner, die das beurteilen können, aber Karl-Mai hat sicherlich einen Riesenanteil, dass wir uns ja so für Indianer und die Feste interessieren. Und beim Orient ist es ein bisschen schwieriger, aber da sicherlich wissen wir auch viel über den Orient durch Karl-Mai, aber es ist halt einfach Winnetou immer gewesen, die Gestalt, die alles fasziniert hat. Und die Filme haben das eben dann auch extrem verstärkt. Und da bin ich überzeugt, Karl-Mai ist ja der Vorreiter, der für alles, was stattfindet. Und das hat sich vieles auch für Selbstständig, und es gibt heute viele Indianer-Gruppen und Fans, die dann ja heute gar nicht mehr dazu stehen müssen, dass sie Karl-Mai mögen. Und ich glaube, die Leute sind dann immer nicht ganz ehrlich, weil sie wahrscheinlich auch durch Karl-Mai überhaupt zu dem Interesse gekommen sind. Und da heißt es eben auch, dieses Interesse nehme ab. Also es heißt ja heute oft, die Indianer-Gruppen sind heute nicht mehr so interessant, aber wenn wir dann über Neuschel-Gruppen reden, kann ich mal eins gleich dazu geben, dass zum Beispiel Playmobil, einer der ganz großen Player von Figuren oder im Spielwaren-Bereich, die leider keine Lizenzen machen, also deswegen gibt es ja kein Karl-Mai, aber die hatten tatsächlich auch ihr Kaufrein-Sortiment aus dem Programm genommen. Und ich habe jetzt erst vor einem Jahr oder so gesehen, dass die ganz große wieder reinnehmen. Und die gucken gar nicht genau. Die haben sicherlich eigene Leute, eigene Abteilung, die schauen, was ist interessant und was interessiert die Leute, was ihr da gekauft. Und da war ich sehr erfreut, dass also dieses Thema auch wieder aufgetrieben wurde. Es ist ja wirklich bemerkenswert, dass gerade das Spielen von Kabay und Indianer, ob man das jetzt persönlich spielt, also Kinder im Park, oder ob man das jetzt mit Figuren spielt, ich denke jetzt an das Figuren-Spiel, so unglaublich populär wurde. Und das ging ja, also die frühen Figuren, Sie haben es angesprochen, sind so alt wie Karl-Mai. Und das hat ja wirklich in den 30er Jahren auch schon ganz mächtig Fahrt aufgenommen. Man kann sich ja schon die Frage stellen, warum war es so unglaublich populär, Kabay und Indianer zu spüren, also irgendwelche Tipi-Dörfer aufzubauen und Weststädte. Warum war das so unglaublich populär? Es könnten ja auch durchaus irgendwelche Szenarien aus Afrika sein oder Szenarien aus dem Orient zum Beispiel. Da gibt es vergleichbares ja überhaupt nicht. Und genauso kann man die Frage stellen, wieso diese große Popularität eben gerade für das Indianer- und Wild-West-Spiel, die ersten Filme, die gedreht worden sind zum Beispiel, basierend auf Karl-Mai, waren ja alles Orient-Filme. Und erst mit dem Wild-West, mit dem nordamerikanischen Thema, hat es ja richtig Fahrt aufgenommen. Haben Sie da eine Erklärung? Ich glaube, das Stichwort war Nordamerika. Ich meine die Nähe, die natürlich die Faszination, die auch Amerika mal ausgelöst hat. Im Moment ist es vielleicht etwas gedenkt durch die Führung, aber ansonsten ist ja Amerika immer eine, hat eine Faszination, für die für uns Deutsche eigentlich immer eine sehr gute Beziehung auch dorthin. Und es ist sicherlich ein Thema, das man mehr als in den Osten hat. Also heute noch ist der Nahe Osten für uns eigentlich weiter entfernt als Amerika. Also die Buchung der, im Hirn zumindest, nicht auf der Landkarte. Und dann kamen die Filme auch aus den visgarischen Faszinationen, die auch die Deutschen fasziniert haben, bis dann die, schon Weltfetten dann ein oder andere, die und auch Westens Serien, Vergleichbares gibt es nun woanders ja eigentlich nicht, weder aus Afrika noch aus Asien, was bei uns einen Erfolg hat. Und das kam sicherlich alles zusammen mit Karl May. Und umgekehrt hat man auch irgendwann ja viele Jahre am Anfang eben gedacht, ja, dieses Thema können wir nicht verfilmen, das können nur die Amerikaner. Und das können wir nicht. Und das hat sich ja niemand getraut. Das war einfach der Mutfee, bis eben Horst Pentland sagte, das machen wir jetzt mal. Und das hat funktioniert. Das hätte vielleicht vorher schon funktioniert, das hat sich bloß niemand getraut. Also das würden Sie schon als einen der großen Schlüssel ansehen, dafür, dass die Begeisterung natürlich auch in die Breite getragen wurde. Dass da eben vieles zusammenkam. Und Karl May, diese Amerikaner Begeisterung, die dann eben dann für die Indianer, ich meine, es sind ja fast psychologische Fragen, warum, da bin ich vielleicht auch nicht sehr gespannt dafür, aber es ist ein superinteressantes Thema, natürlich, er ist sicher, vielleicht auch widerschaftlich noch mehr gewidmet werden sollte. Ich denke schon, also ich glaube, dass das ein absolutes, denke ich, da würde ich voll zustimmen, dass das ein absolutes Desiderat ist, denn gerade auch die ganz große Frage, ich kann mich erinnern, natürlich habe ich mich auch als Indianer verkleidet, und zwar sehr gerne, zum Karneval oder zum Waschen. Das war aber dann auch für viele eine Philosophie, also ich hätte mich niemals, also ich persönlich, niemals als Coward verkleidet. Haben Sie das gemacht? Ja, beide. Ich habe auch eigentlich, ich habe mir das sagen, wenn ich das gekündigt habe, in der Rollbau aus dem Karnevalmuseum rausgenommen wurde, dann wieder den Film versucht. Aber kann man das in Bamberg sein? In Bamberg, ja. Also es ist auch alles verjährt, und die Waffen gibt es lange nicht mehr. Und sie waren auch nicht schussfähig, also so nicht weit. Aber das war auch nicht mehr eine Faszination, und da war dann schon der Cowboy, der Westernheld auch. Also bei mir hat es Indianer, und Cowboy war immer ein, man sagt ja immer Cowboy, ist ja eigentlich auch Blödsinn, aber das war, das war für mich gleich. Aber es war genauso, wie eben unsere Vorgänger, es gibt ja schöne alte Bilder auch, wo meine Familie, also da mein Vater mit seinen Brüdern drauf ist, das gerne gespielt haben, also eine ganze Generation vorher, bestimmt auch noch vorher schon, und so hat sich das Gapas bei uns auf Gang und geht. Ich glaube, dass es auch heute noch sehr beliebt ist, und man verkleidet sich auch heute noch gern als Cowboy mit Jahren, und das bin ich nicht so. und wollen wir ja nicht in die Diskussion eintriften. Nee, nee, das ist gar nicht. Der Brauch, dass es Leute gibt, die das nicht gut finden, aber das sind ja die Leute, die vielleicht zu wenig ans Problem haben. Ja, aber es ist ja im ganz übertragenen Sinne, es ist ja doch eine gewisse Art von Annäherung, ob man das im Karneval macht, oder ob man mit solchen Figuren spielt, oder ob man mit solchen Figuren spielt. Mir hat es das nähergebracht, und zwar sehr positiv. Ich bin in den Indianern sicherlich durch Karl May, durch Karl May die Türe, aber auch mit dem Spiel, das hat mir nicht geschadet, sondern im Gegenteil, das hat mich zu dem Interesse entgegen, gesteigert, und positiv gesteigert. Es gibt ja bei all diesen Dingen auch noch ein recht romantisches Element, würde ich mal sagen. Es gibt ja da schon, wenn man sich nur diese, wenn man sich nur diese, bleiben wir mal bei den Indianern und den Westfiguren, das ist ja alles stark idealisiert. Es gibt dann also das Tippi-Dorf, dann gibt es das Poa, da ist ja eine ganz stark romantisierende Note drin. Ist das etwas, was bei Karl May angelegt ist? Also ist das in den Büchern angelegt, dieses stark romantisierte Bild von Nordamerika? Ja, sicher. Ich meine, wir müssen ja auch immer sehen, die Geschichten sind natürlich erfunden. Ich sage immer, da kommen wir nicht in anderen Zweig, das natürlich faszinierend ist, dass er die Geschichten erfunden hat und trotzdem so viel Nähe zur Realität hat, dass er im Stück. Aber Romantisierung ist das sicher nicht. Ich meine, das Indianerleben war sicherlich nicht so schön, wie es bei uns eigentlich nahe gebracht wird. Und die Indianer waren sicherlich ja auch, die sind ja viel vielfältiger. Man kann ja nicht mit den Indianer sprechen, das ist ja, ich meine, an dem Ort hier, nicht vielleicht der Falsche, ich darüber zu berichten, aber, aber das ist ja, das ist alles, die heile Welt ist natürlich, abgesehen davon, wenn man spielen will oder wenn man sich damit beschäftigen möchte, man ja auch nur das Positive ist. ich habe mich auch begleitet, ich habe auch ein großer Stolz, war für mich meine Rechternsgatt mit den Figuren, damals noch die unbeweglichen Figuren, leider die, wo immer die Wehren alles abgebrochen war, aber trotzdem war das ein Heiligtum. Ich habe ja irgendwann meinen Neffen vererbt und der hat dann natürlich auch noch damit gespielt. Also der ist heute 19 und der hat vor 10, 11 Jahren damit gespielt. Also man sieht, es kam da auch noch an und das hat mir auch gut gefallen, dass es so war. Ich darf mal kurz was hier rüberholen. Hier haben wir uns in unserem Museumshop, das ist zum Beispiel so ein Starter-Set, also kriegt man relativ günstig zu kaufen, da ist alles dabei, was man so braucht. Und das ist ja im Prinzip komplett standardisiert. Das geht ja zurück bis in die 30er Jahre mit den ersten Figuren. Das ist immer genau der gleiche Standard, den man eben so kennt. Und meine Frage, ich weiß nicht, ob man die beantworten kann, meine Frage ist wirklich, also wer sorgt für diesen Kanon? Also ist das wirklich aus Karl May erwachsen, dass so ein Kanon eben, natürlich ist das ein Tippi, das ist eben kein Launhaus und das ist eben kein Pueblo-Häuschen. Das ist diese Standardisierung, die sich komplett herausgeprägt hat. Es geht ja über die Literatur, über solche Figuren bis hin zu Computerstil. Es geht immer in diese Standardisierung. Also ich meine, ich verbinde damit auch, wenn jetzt über irgendwelche Themen berichtet wird. Wir brauchen ja heute nur die Presse zu verfolgen. Es wird so beides Thema Indianer, Cowboy oder sonst was, aber auch Orient, wird ja immer auch Karl May von der Presse zum Beispiel herangezogen. Und das hängt sicherlich alles irgendwie zusammen. Überall, Karl May schwebt immer überall. Ich meine, das hat halt unsere Gesellschaft, unser Denken viel geprägt. Ich meine, das hat sicherlich damit zu tun, dass wir eben auch so viele Millionen eben auch gelesen haben, noch mehr Millionen, also von den heutigen, die Filme gesehen haben und jeder irgendwie kennt und man das damit dann verbindet. Es hat sich alles so gegenseitig aufgebaut. Heute eben, ob er jetzt das alles wirklich alleine verursacht hat, das war schon mal wieder bei der Frage, die ich nicht beantworten kann. Also die vielleicht mehr Untersuchung noch braucht. Aber vielleicht nur so Ihre persönliche Einschätzung dazu, also wenn Karl May jetzt im Publikum, wenn Karl May im Publikum in Bad Segeberg sitzen würde, was würde er denn dazu sagen? Was er dazu sagen würde? Oh, das ist eine gute Frage. Zu welchem Zeitpunkt? Am Anfang hat er sich ja nicht begrüßt. Später hat er sich ja von allem immer so schön distanziert. Sicherlich zu dem Zeitpunkt, als er die Geschichten auch in der Schatten hat. Ja, ich glaube, da hat er das Politiker. Das hat ihm schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Also den Karl May, der auf seinem Höhepunkt war und wo er seinen ganzen Alltag hin hatte, dann glaube ich, wäre er sehr stolz drauf gewesen, wenn er damit auch irgendwas ausgelöst hat. Also das war damals nicht so weit. Also nein, die Figuren waren ja, da war ja alles ganz klein. Das war dann diese, das kann ich ja nicht, die Professionalität von und viele waren mit denen oder so. kamen ja als Peter. Aber ich glaube, ihm hätte das gut gefallen. Aber das kann ich natürlich auch spekulieren. Ja, und es würde ihm wahrscheinlich, wir haben ja zuvor schon darüber gesprochen, also im Vorgespräch haben wir uns darüber unterhalten, das würde ihm dann vermutlich auch gefallen, wenn jetzt ein neuer Winnetou-Film ins Kino kommen würde. Bestimmt, wenn er, wenn er, ja, ein Winnetou-Film, wenn es eine, einer Werte, eben nach seinen Bietern ist, dann hätte es ihm sicherlich gefallen. Das letzte, was wir sehen durften oder mussten, hätte ihm wahrscheinlich wie uns auch nicht gefallen. Die 60er Jahre, könnt ihr mir vorstellen, dass zumindest die ersten zwei ihm auch gefallen sind. Und wenn jetzt was Neues kommt, was das Thema wieder auffrischt, und wir hoffen dann, ich meine, wenn er noch da wäre, würde er mitschreiben, dann würde er schreiben. Und glaube ich auch nicht, dass es einer besser könnte als er, aber, insofern würde er es, denke ich, generell begrüßen. Die ersten Versuche, die wir übrigens in diesem Jahr feiern, und wir feiern ja eigentlich sicher 100 Jahre, kann man den Film, das ist also 1920, da habe ich ganz vorhin erwähnt, dass das ein eurer Film war, die ja leider verschollen sind, und ja, manchmal möchte man vielleicht auch sagen, zum Glück, wenn man so einen Film anschaut, das soll ja nicht, bis das Unterhalte oder gut gewesen sein, wäre vielleicht für uns auch schwer, den nützlich zu stehen, so ein ganzes Film, aber sie wäre natürlich super interessant, wenn sie irgendwo mal was drauf noch aufbauen würde. Aber immer 100 Jahre, und ja, damals eben aber noch nicht das ausgelöst, wenn sie dann noch reich bleiben, dafür. Also jetzt, ich gehe mal davon aus, als Verleger und auch als Kaufmann, begrüßen Sie all diese Initiativen, weil das letztlich natürlich auch auch geschäftsfördernd ist, wie würde das der Kalmai-Kenner sehen? Also Sie kennen ja auch die Bühnenstücke. Wir begrüßen eigentlich alles, was positiv zu Kalmai ist, und Merchandising war auch für uns, den Kalmai-Kenner-Verlag eine ganz, ganz wichtige Stütze der vier Jahre. Ich meine, das Hauptgeschäft habe ich leider, obwohl ich jetzt auch schon recht lange dabei bin, nicht mehr mitmachen dürfen, weil das dann schon abgeebbt war, aber die Umsätze mit Merchandising waren mal, ja, was vielleicht bedeutet, denn mit Büchern oder Föhr sogar, also auch allein, nur bei Resizienzeinnahmen oder so, also da ging es um richtig gute Beträge, und das war alles, das heißt im Umkehrschluss, die Firmen, die damals also was auf den Markt brachten, haben richtig gut verkauft. Figuren, es gab die Firma Martell, die man heute noch kennen, jeder kennt die Wadenpuppe, und die Firma Martell hat einen Kalmai-Serie auf die Markt gebracht, also die waren Umsätze über zig Millionen, also das ist unbeschreiblich, was sie verkauft haben, und es war nur damals, das ist natürlich auch interessant, denen war das zu klein, weil sie die Kalmai-Figur nicht im Ausland verkaufen konnten, und Martell natürlich global denkt, eine Barbie-Puppe gibt es in, was weiß ich wie viele, Tiefländern, und Kalmai war eben nur für den deutschsprachigen Raum, und das braucht eine Weltfirma, Martell zu sein. Aber so eine Indianer-Figur hätte man doch sicher auch in der Welt verkaufen können. Ja, das hat sich aber bei denen anscheinend ja nicht so durchgesetzt, die Amerikaner anscheinend sind ja vielleicht nicht so offen, wie wir eben, dass wir eben für Indianer was Positives sehen, und in Amerika, das ist vielleicht nach dem Vorjahr noch so, also, ich habe gesagt, die Indianer selber, so eine tolle Stellung haben sie ja nach dem Vorjahr, das heißt, amerikanische Kinder spielen auch nicht mit Indianern Kabel zu werden. Nach meinem Wissen wohl eher weniger. Also bestimmt viel weniger, als ich bei uns bin. Können Sie da ein Beispiel geben, also gerade zu den Lizenzen, wie hat man sich das vorzustellen, wenn also da eine Lizenz erworben wird? Naja, es gibt ja beide, es gibt die sogenannten Marken, und wer hat eine Marken gekannt, nachher hat sich eben einige Marken gesichert, und dann konnte man, also hat man zusammengearbeitet, und das war auch nicht zum Abteil dieser Firmen, die haben das auch gern gemacht, und oft hat man dann auch mit den Filmfirmen zusammengearbeitet, weil ja natürlich oft auch PiaDius als Winotoo dargestellt wurde, oder auch mit PiaDius haben wir zusammen vieles vermarktet, und das war lange Zeit sehr erfolgreich, nur ist das logisch eigentlich, dass das langsam abeckt, und deswegen ihre Einwanderung sehr berechtigt, wenn also was Neues kommen würde, was Erfolg hat, wie gesagt, das Letzte war das leider nicht, und jetzt ist eben was in der Planung mit einem Jungen auf dem Winotoo, was natürlich dann nicht von Karl May stammen kann, weil er solche Geschichten nicht geschrieben hat, aber das sehen wir auch erst mal sehr positiv, das sind wir sehr aufgeschlossen gegenüber, weil wir hier eine junge Zielgruppe erreichen können, die wir eben heute mit Karl May eben uns schwer tun, weil das Lesen halt immer mehr zurückgeht, es wird immer schwieriger, jungen Leute zu erreichen, obwohl ich, wenn wir sie erreichen, wenn wir sie dazu bekommen, dass wir mal Karl May reinlesen, am besten ich habe den Silbersee, nicht die nicht so eins, und was ist immer so meine Gewisse, weil eben die Bücher, die Karl May speziell für die Jugendbeschule machen, dann hat man die große Chance, auch heute noch, jungen Leute zu begeistern, nur sie lesen ja mal rein, sie lesen eben auch die ersten fünf Seiten, und es gibt eine Voreingenommenheit, die ich nicht erklären kann, gegen die wir überwürgens auch im Buchhandel, jetzt heute war ich jetzt hier in Radebeut, hier im Buchhandel, aber die jungen Leute, die lesen, das ist nicht, und so, und das ist nicht so die, und so, und es ist aber so, wir finden keine eigenen Erfahrungen, sondern es ist eine Voreingenommenheit, die einfach da ist, und wenn ich die mal will, wie die überhaupt zustande kommt, könnte man dagegen vielleicht auch mal ausprobieren. Weil ihr Credo ist ja, also wenn die Jugendlichen den Zugang zu diesen Büchern hätten, würden sie sie wahrscheinlich auch lesen. Wir haben viele auch kulturelle Erfahrungen, weil wenn einer Karl May liest, ist es wie früher so, außer ich meine, man muss immer akzeptieren, wenn einer sagt, das gefällt mir nicht. Nur, er darf es bei Karl May erst sagen, wenn er es ausprobiert hat. Er darf es vorher sagen, wenn er es nicht. Und vor allem, weil er so viele, bei Karl May ist ja das Schöne, dass er so viele Facetten hat. Also wenn einer sagt, mir gefällt der die besten, ich hätte beim Orient, oder bei der Heimatgeschichte, die noch andere Geschichten, die ja sowas für sich finden. Das tut mir immer wahnsinnig schwer, ich werde oft gefragt, ich werde eben Karl May-Buchzeug am Anfang, was empfinden sie mir denn? Das ist schwer. Das weiß ich, derjenige bevorzugt, oder was sich gefallen könnte. Für die jüngeren Leute ist es auch schwer zu erklären, warum das jetzt da immer sich bezeichnet als Orient, aber das ist glaube ich nach wie vor so. Und ja, da ist ich mir überzeugt, wir haben ja auch eine Leseprobe, die wir das Leben verteilen, weil wir einfach hoffen, wenn da einer mal arbeitet, die reinigt, dann sagt er, so schlecht ist es gar nicht. Ich meine, wir haben die Erfahrung mit einer Altersgeneration, mit Praktikanten, die bei uns arbeiten, sind ein bisschen älterlich, oder 25 oder so. Da ist es nur oft dann voll, die haben fast nie keinem eingelegt. Und wenn die dann bei uns was gelingt haben, dann kommt ganz oft das Satz, hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist. Und das sagen ja Leute, aber vorher war die Voreingenommenheit, das ist ja was Altes und das braucht man nicht. Er wird in die Klassiker-Ecke gestellt. Ich habe es heute in einem anderen Zusammenhang schon gesagt, er wird heute wegen der Namensseligkeit neben Thomas Mann gestellt. Und dann sage ich ja mal, welche Ehre, der Thomas Mann. Und die, der gehört aber nicht in, weil da erreicht man keine jungen Leute. Also Thomas Mann wird auch nicht von den jungen Leuten gewesen. Und Goethe und Schiller liest sowieso kaum noch jemand, auch wenn es unsere Christenbüste sind, aber die stehen sicherlich auch für mich. Ich meine, Germanist habe ich auch so nebenbei noch nicht gemacht. Die stehen vielleicht wieder noch literarisch eine Stufe höher als Kahn-Mai. Aber den Erfolg, den hätten wir hier wieder auch gerne gemacht. Das sind so viele Leute. Also es gibt eben nochmal viel mehr Menschen in Kahn-Mai liegen als Goethe und Schiller. Und das zu Recht, weil er es überhält eben besser. Also vielleicht nochmal zum Stichwort von Marktung. Sie haben ja auch ein paar Bilder mitgebracht. Ich hole das mal kurz rüber. Ja, da geht es um das Beispiel, das ist, wo ich vorhin dachte, es gab fast nichts, was ich nichts gab. Genau, man kann ja auch mal Beispiele vielleicht erzeigen. Man kann sich erzeigen. Also hier, natürlich, das hat uns besonders gut gefallen, wenn dann ein Kahn-Mai-Spiel auf den Markt kamen und dann die aus dem Kahn-Mai-Verlag die Optik hatte. Aber das ist wirklich heute auch noch ein begärtes Sammlerstück. Ich habe es im Silbersee als Spiel. Es gab aber auch Spiele bei Ravensburger, einer der führenden auf dem Markt und andere. Oder Figuren gibt es eben zur Zeit, es gibt ja immer noch so Sammlerfiguren, die aber manchmal mit Liebeschwierigkeiten beachtet sind von der Firma Preiser. Aber das sind Sammlerfiguren, eigentlich für Erwachsene, mittlerweile aufwendig bemalt, dadurch relativ teuer und eben nicht wie heute Spielfiguren sind, dass man sie bewegen kann, irgendwas mit denen anstellen kann, sondern die sind eigentlich mehr, um sie irgendwie ins Regal zu stellen. Da gab es auch hier noch das Parallel dazu von Janetzke Art, gab es so Figuren. Aber das ist mehr eben, wie gesagt, das ist mehr der Sammlerbereich nach der klassischen Merchelizing, also nicht im großen Stil. Aber, weil ich vorhin sagte, nichts, was es nicht gab, originell, Senfgläser mit Karmai-Motiven. Das Schöne daran, an den Früheren, früher war das immer so mit den Senfgläsern, kennt man wahrscheinlich auch wieder so, dass man die ja dann gekauft hat und es leer war, sind die Trinkgläser zu Hause und da war es eben hier mit Karmai-Figuren. Sehr schön für die ist. Eine ganz tolle Geschichte, Schreibbahnartikel. Hier sind wir hier, eine Postkutsche, das war der Verkaufsträger für die Geschäfte und da gab es ein Riesenprogramm an Schreibbahnpotenzile, vom Stift, Schreibblock und so weiter, alles mit Meditur und Schötern. Auch hier wieder, hauptsächlich, oder in dem Fall, ich glaube, es war fast nur der WD Westen. Und eine kleine Anekdote zu dieser Geschichte, ich habe ja meine Sporen oder mein Taschengeld damals im Karmai-Museum verdient, nicht hier in Radewold, sondern im Bamberger Karmai-Museum. Und da gab es auch so einen Verkaufsständer und da kam eine Gruppe italienischer Schulkinder, die waren sehr interessiert am Museum und an den Waren und als sie dann gingen, haben sie, war dieser Verkaufsständer leer, gekauft hatten sie nichts. Aber das war nicht unvergessen, das musste dann meiner Großmutter dann irgendwie beibreden, dass ich das nicht verhindern konnte. Aber, oder hier, Federmäppchen, wäre natürlich heute ideal, wenn das wieder, aber das wird sich nicht wiederholen können. Ich glaube, dass wir Kinder begeistern können, aber so wie damals, dass man das in der Schulklasse, der andere dem anderen erzählt, wie es bei Harry Potter zuletzt war, hast du das schon gelesen, ist das schon gelesen. Das, ich bin da Realist genug, dass ich das so nicht wiederhole oder wiederkehreise, aber, dass es noch genügend Kinder geben könnte und würde die mit Karl May ihren Freudearm anlegen. Also, dass der zeitlos ist, weil diese, ich habe vorhin von der Voreingenommenheit gesprochen, die hätte man auch vor 50 Jahren schon haben können, weil da war Karl May schon auch vor 50 Jahre alt und eigentlich auch schon längst veraltet, längst veraltet, aus mancher Sicht. Aber er ist so zeitlos, dass er diese ganze Generation als Freude, heute, mehr das Problem, das weniger gelegt wird. Es wird ein bisschen auch in unserer Branche, also bei Börsenverein, das bei dem Buchhandel wird es ein bisschen schön geredet. Es ist doch gar nicht so schön, es wird noch gelesen, aber wir lesen den ganzen Tag, alle wir lesen den ganzen Tag. Und es war ein bisschen zum Arctfons, mit dem Tablet, mit einem Computer und ich merke es ja selber, ich weiß nicht, bis hin geht manchmal, wenn man den ganzen Tag da gelesen hat, kann ich abends nicht mehr nehmen. Das wird zu viel, Und dann freue ich mich auf den Urlaub, der jetzt auch irgendwann so wieder ansteht, weil da schaue ich nicht die ganzen Tage, die ich gelesen habe und da lese ich dann. Es gibt ja ein ganz gutes Beispiel, das will ich auch mal hier vor, was sich hier, was sich also außerordentlich gut verbreitet hat und verbreitet, aber eben nicht über das Lesen, sondern über die Serien, über die Filme, über die Filmchen, das ist Jakari. Jakari ist dadurch bekannt geworden. Eben nicht, weil es gelesen wird, wenn man sich austauscht, sondern weil man die Serie gesehen hat. Es geht ja bei den ganz Kleinen im Kindergarten los und da spricht man darüber. Deswegen gibt es eben auch im Moment noch ein viel aktuelles Merchandising, und zwar mehr Merchandising zum Jakari als die KMi. Weil es gibt eben im Moment keine erfolgreiche Serien die KMi, die aktuell ist. Es war schade, dass wir halt diese Zeichenfix-Sache hingetun, leider durch unglückliche Umstände, nicht durch die Qualität bestimmt, nicht den Erfolg hatte. Der KM kam sehr ungünstig ins Kino. Die haben das damals alles mitgemacht, mitverfolgt, hatten aber keinen Einfluss, die sind im Filmbereich tätig, und da waren nichts beeinflussen. Aber das blieb sehr unglücklich. Und deswegen fehlen eben auch heute die richtigen Artikel, die heute Kinder ansprechen würden. Die wiederum sicherlich auch der eine Türe von KMi guttun würde. Deswegen setze ich ja die Hoffnung auf so einen neuen Film, wenn der kommt, und die Kinder anspicken und die sagen, Mensch, KMi, ist toll. Und ich möchte übrigens, dass nicht wir unsere Generation oder die ältere Generation sagt, das ist toll. Es wäre schön, wenn es uns auch gefällt. Aber ich sage auch, es muss den Kindern gefallen. Und ich habe immer gesagt, ich habe mir immer einen tollen KMi-Film vorgestellt, ich habe lange dafür nach meinen Möglichkeiten gekämpft, aber, wie ich sagen muss, es ist heute eigentlich unerfolgreich, dass eine neue Verfilmung kommt. Und ich war ein Fan von der mit dem Wolf tanzt. Und ich bin mir eigentlich so, das hätte ich mir so als KMi-Film so toll vorstellen können. Und dann natürlich möglichst nah an KMi mit allen Freiheiten, aber möglichst nah, dass er nicht komplett was anderes kommt. Das ist nie zustande gekommen. Und dann habe ich immer gesagt, da geht dann der Opa mit dem Enkel in das Kino, das war meine Vorstellung, ich darf jetzt räumen. Und dann, wenn sie rausgehen und beide zufrieden sind, das ist dann die Spitze des Traums, das ist dann der Beste. Aber wenn nur eine Gruppe es toll findet, dann bitte die Jungen. Die alten Schinkheim mal entfällt, sonst wären sie nicht da reingegangen. Aber wir wollen neue KMi-Film. Wir wollen es ja weitertragen in die nächste Generation. Warum ist der Ansatz mit dem jugendlichen Winnetou jetzt für das KM-Projekt vielleicht nicht mehr schlechter? Ja, weil wir da das Jugendheld werden. Das ist ja auch alles. Man muss das sehen, wenn man heute die Jugend und alle Leute, was sie nur bewegt, anschaut, es beginnt alles früher als die Unterzeit. Wenn wir auch gesagt haben, da Mayonnaise zum Beispiel, man hat immer gesagt, ab 10 bis 12 ist ein Stück zweiter. Heute wäre das, würde ich auch sagen, das wurde ja schon auf 8. Wo sind heute einfach weiter, die Schule, das hat sich vieles verändert. und dann in vielen Bereichen. Was zum Beispiel fehlt, was bei KMi in Merchandising absolut unerfolgreich war, das gab es zwar auch schon, aber es bleibt nicht erfolgreich, ist zum Beispiel eigentlich ein Spiel. Es wird heute viel gespielt, auch digital, das Computer. Es gab eins aus der Schweiz, ich sage das nicht aus der Schweiz, man sagt ja den Schweizer nach, dass die etwas langsam seien, also das ist ein böses Vorurteil. Ich weiß nicht, was wir verzeihen, Frau Kutz ist gleich im Internet und ist nur eine Sauerbiet, nein, macht die Schweizer gern. Aber das Spiel kam damals zu spät. Also es kam dann auf dem Markt, es war ja noch übelst, es war noch zu Zeiten mit den Floppy Disks oder wie eigentlich, diese kleinen Disketten, man muss dann mehrere Disketten da reinstecken und dann den ganzen Bildschirm abtippen und so abpickseln, um da die nächste Stufe zu kommen. Also es hat nichts mit den heutigen Spielen zu tun. Aber es war, als es auf den Markt kam, war es schon veraltet. Und damals war die Entwicklung auch sehr, sehr schnell, vielleicht sogar noch schneller als heute, als das Spiel ziemlich schnell veraltet war. Und dann kam, es kam dann nochmal eins, die hatten das ganz fest vor für den berühmten Gameboy, der damals drin war. Und da sollte es ein Veto-Spiel geben, die hatten auch eine Lizenz und ich gebe sogar gerne zu. Wir hatten sogar eine tolle Vorauszahlung bekommen dafür. Also es war ganz ernst gemeint. Und es ist gescheitert an einer Firma, die hatte die Zulassung für Nintendo, für den Gameboy. Und die kleine Ventilterfirma brauchte diese Firma und die haben dann irgendwelche interne Querellen gehabt, von denen wir gar nichts genaueres erfahren haben. und das Spiel ist nie auf den Markt gekommen. Da hatte auch ein bisschen Pech dabei, weil sowas kann das Thema am Laufen halten. Und das hat uns gefehlt. Aber ein eigenes Spiel entwickelt. Da hätten wir selber auch eines gemacht. Ja, wir reden hier mit ein paar hundert Sechstunden bis hin, ein paar hunderttausend Euro, was sowas kostet zu entwickeln. Und ich persönlich und auch mein Team hat keine Ahnung, wie sowas geht jetzt. Denn wir machen Bücher und keine Filme. Ne, da kann sich nur eine der großen Game-Entwicklerfirmen dafür begeistern. Also jetzt die Hoffnung zum Beispiel, wenn jetzt da ein Film kommt, aktuell, und die haben da Kontakt, dann könnte es sein, dass da auch ein Spiel auf den Markt kommt. Oder wie sowas. Und das kann dem Thema nur gut tun. Aber die ganze Zeit, natürlich ist die große Hoffnung, als Kalamalverleger das ist ein bisschen eigentlich logisch, dass dann auch wieder das Buch gegriffen wird. Aber das ist heute so eine Klärverbindung. Die Hoffnung, dass der Großvater, weil er das Buch vielleicht doch noch schenkt, da erzählen ja eher genug, aber ich konnte den Jungen mal nicht dafür interessieren. Das werden wir so oft. Aber wenn er dann, wenn er da vorher gespielt hat, ab und an zu gibt es ein Buch, gibt es die Chance, dass er da einschaut. Aber es muss leider so gut gehen. Das ist halt die heutige Zeit, so wie nicht anders. Ja, ich meine, im Kalamalverlag gibt es jetzt ja nicht nur die berühmten grünen Bücher, die aller Welt bekannt sind, sondern wir haben ja eine ganze Reihe an anderen Seitenprodukten. Sie haben ja auch alles gehört. Ich habe ja auch mal den Versuch, glaube ich, sprachliche Anpassungen vorzunehmen, dass man dahingehend, dass es einfach, ich sage mal, schneller lesbar ist, aktuell besser lesbar ist. Ist das eine Möglichkeit, wie man als Publikum kommt? Ja, das ist ja also so ganz extrem, haben wir sicher. Es gab mal die Reihe, das gibt es noch, die Reihe Abenteuer Winnetou, da ist mal ein bisschen vereinfacht worden. Also ich bin heute in der Behandlung angesprochen worden, ja, wir müssen ein Bücher verändern und so, wir müssen ja ein Outfit ändern, wir müssen das Anderen. Haben wir alles versucht, hat nie funktioniert. Ich meine, es ist wieder freundlicher darüber, dass der Endkunde gesagt hat, ja, was wollen Sie mit dem Buch, wenn will ich ein richtiges Kalamalbuch und das ist dann für eine grüne Band. Und da freue ich mich ja darum, abgesehen davon, ich habe mich immer gewehrt, noch mehr zu modernisieren. Die ganz alte Sprache von zu vielen Zeitzeiten, also zu Kameis-Zeiten, Kameis-Zeiten, die ist nun mal, da hätte man auch vor 50 Jahren keinen Start gemacht. Und da wäre er nicht zumeist gewesen für viele deutsche Sprache geworden, da bin ich ganz fest überzeugt. Also wir wollen jetzt nicht, es geht nicht über Bearbeitung, aber die Bearbeitung waren wichtig und gut. die dann teilweise oft geforderten, nicht in der Kameis-Szene, sondern von außen herangefragen, also außerhalb der Kameis-Szene, noch mehr zu bearbeiten, weiter zu kürzen, das alles rauszustreichen, was seine Landschaftsbescheidungen, die wir alle auch als Kind malen, ich habe sie nicht überblättert, aber viele erzählen, dass sie sich überblättert haben und so, aber da wäre ich nicht vehement dagegen und weil ich auch dann immer die Gegenfrage sage, wie weit soll es denn gehen soll, dann bin ich zu sagen, das ist ja was geil, solche da hände oder was, das kann doch nicht sein. Wo ist denn dann die moderne Sprache, wo endet das dann? Also das ist, das geht zum Beispiel meiner Meinung nach gar nicht. Und das ist dann nicht mehr, weil es historisch ist, muss es ja sein, ich meine, die Zeiten, unsere modernen Zeiten ins Moderne bringen geht so gesehen, also dann sind ganz neue Geschichten. Das kann man machen, ist auch alles schon mal gemacht worden. Dass man Adaptionen macht, aber das ist dann was ganz Neues. Aber die Bücher, die Abenteuer-Rittbühne-Vorei, da sind zwei Geschichten etwas gekürzt worden, das war eben die Idee für die etwas jüngere Gruppe, der einstieg. Hat aber nicht so ideal funktioniert, sagen wir mal. Also für die ganz Jungen, wo man dann diese Bilder bucht, das ist natürlich, da war die Hoffnung, die Idee, die Jüngeren auch schon mal zu Cannes Mai heranzuführen. Und dann immer in der Hoffnung, dass sie dann sagen, wenn sie im Alter nicht die Ärzte sind, eben auch an Cannes Mai zu lesen. Und dann festzustellen, der ist ja toll. Ja. Ich würde jetzt nochmal ganz gerne noch zwei andere Dinge holen. Gut. Also im Prinzip würde ich den mal kurz zeigen, einfach nur als, das ist eine Figur, das ist eine Figur des Herstellers Bulli-Land, Bulli-World, Bulli-Land. Und interessant ist die Nachricht, die ich in einem Telefonat, die wir in einem Telefonat erhalten haben, dass diese Produkte rein eingestellt werden, weil die Verkaufszahlen nicht mehr da sind. Das heißt, es gibt im Prinzip diese Indianer, über die wir ja anfänglich auch gesprochen haben, die es seit, ja, fast, die es seit 100 Jahren gibt, mit denen gespielt wird, die laufen aus. Das heißt, heißt das im Umkehrschluss, dass die Faszination, die Begeisterung für dieses Thema tatsächlich gebrochen worden ist? Oder dass... Ja, das spricht ja dem, was ich vorhin sagte. Total. Also mir ist das... Ich habe keinen, ich habe keinen direkten Traat oder Kontakt zu der Playmobil, sondern ich habe es einfach als bisher der Konsument im Prospekt gesehen. Neuheit war eine Westerstadt oder so was. Also und zwar vor einem Jahr. Also haben die anscheinend eine andere Erfahrung als Bulli-Land, also die erfreulichere, wie ich finde. Und hier könnte ich natürlich jetzt auch sagen, hätte man Bulli-Land statt hier diesem Indianer einen Bindetuchel gemacht, hätte ich vielleicht mehr Chancen gehabt. Also man hier... Ich meine, ich... Wir haben hier auch... Sie sollten ja auch noch zeigen an diesem Kostüm, dass ich also die erfreuliche Nachricht bekommen habe vor einer Woche auf der Spielwarenmesse, dass die mitgeschnitten rot gehen. Wird das schön. Also ein Merchandising, wie ich es mir seit längerem nicht mehr vorstellen können, dass das kommt, aber es kam und es ist da. da sind jetzt Kostüme für Erwachsene und wie ich seit einer Woche weiß, sind unterwegs in einem Container auch schon erste Kostüme für Kinder. Ich habe nämlich letztes Jahr bei denen interveniert und habe gesagt, wer eigentlich das tun, haben wir es auch für Kinder natürlich her. Aber diese sind wohl teilweise schon wieder ausverkauft und die kommen gar nicht so schnell nach und ich muss das durfte mir auch von dem Chefwunder sagen lassen, Sie haben es ja letztes Jahr gesagt, das geht gut. Sie haben gesagt, Sie habt recht. Und das finde ich toll und natürlich hat es hier sicherlich auch mit zu tun, man hat sich hier direkt an die alten Filme orientiert, die eben sehr beliebt sind, jetzt zumindest bei Erwachsenen, wie es mit den Kindern funktioniert, das wird man sehen, da habe ich die Hoffnung aber, dass das auch funktioniert und es ist eben immer noch besser, Winnetou ist eben der Stuhlbehörer, als nur den Indianer dazustellen. Das ist der Winnetou, okay, Romantisierung wieder auch und so, alles klar, aber das ist ja eher positiv für mich und ja, das sehe ich bei Ihnen auch, wahrscheinlich, Sie haben ja Winnetou jetzt nicht wahrscheinlich schon verkauft. Ne, wir verkaufen die nicht. Achso, aber haben Sie gezeigt. Aber Fertifel könnte ich mir vorstellen. Und das Ganze läuft eben über den Winnetou und ist eine schöne Sache und zeigt eigentlich und so kam ich jetzt drauf, vielleicht hätte ich Ihnen, dass Sie Google Winnetou auch mehr Erfolg. Aber dazu, um so eine Firma dann auch dazu zu bewegen, braucht man eben heute wieder ordentlich alles. Also das ist für die halt auch immer eine Markteinführung von was Neuem, kostet sich sehr viel Geld, Sie müssen die Formen machen, Sie müssen dann den Verpügel, die Werbung und alles umstellen und das machen Sie halt gerne nur, wenn Sie auch irgendeinen Einfluss von außen haben. Wobei man nicht vergessen darf, wir haben die Bienen im Jahr 2019 mit 700.000 Besuchern. Also ich habe mal die ganzen Zahlen zusammengezählt. Wir haben ja die neue Bienen in Pullman City, die 45.000 Besucher hatte, die sich noch vergrößern will. Dann diese tolle Zahl von den führenden Paziergebäden über 400.000. Sie sehen, über 200.000 und dann die vielen kleineren Bienen. Das ist erfreulich und eigentlich ist Karmai so gesehen und wir tun Gott sei Dank ganz und gar nicht aus. Im Buchbereich tut das nicht schwer und wir müssen schauen, wie man dann auch wieder zu grüßen und das auch wieder genießen wird. Und selbstverständlich ist Karmai so gesehen. Aber das spielt alles Hand in Hand und dieses Interesse ist da und insofern widerspricht eigentlich, dass die Aussage, also dass das nicht funktioniert. Es kann allerdings auch viele andere Gründe haben. Klar, ich kenne es. Reisengebäude haben. Und was weiß ich nicht. Aber vielleicht sind sie wieder interessiert, wenn irgendwann ein Händler im Kino dann ist. Ich meine, wenn man nach Bad Segeberg, ein Kollege hat mir das erzählt, der war letztens in Bad Segeberg, wenn man da hingeht, dann kriegt man ja als erstes vielleicht so ein Stirnband mit so einer feinen Feder. Dann sitzen die da alle als Indianer rum. Und also Ramsch, das ist Ramsch. Es wird von vielen auch als Verbannhornung indigener Kulturen angesehen. Um jetzt abschließend vielleicht doch ein bisschen politisch zu werden. Wie sehen Sie das? Also ist das jetzt eine, sind das Dinge, die mit fehlendem Respekt gegenüber der indianischen Kulturen zu tun haben? Oder ist das etwas, was sich davon vollkommen losgelöst in unserer Karl-Mai-Tradition als typisch deutsches Phänomen entwickelt hat? Also ich habe vorhin angedeutet, also ich bin der Meinung, man muss immer seine eigenen Erfahrungen aus der Einbeziehung bedienen. Und mir hat es nicht geschadet und umgekehrt nicht als Positiv beeinflusst für die anderen gegenüber. Und ob das jetzt bei allen dann so ist, weiß ich natürlich auch nicht. Also ich kann nicht nur von mir sprechen. Und generell, und ich bin auch überzeugt, dass es eher positive Einflüsse gibt als negative. Und vor allem, gut, am besten eben noch dazu kann man lesen und ihn auch verstehen. Dann nimmt man ja eigentlich viel Positives auch mit. Und deswegen glaube ich, also es wird manchmal viel auch Negatives reininterpretiert. Das ist der Sinn halt in so einer Zeit auch in den sozialen Medien und so, wo eigentlich mehr Negatives als Positives konstruktiv wird. Und dann muss alles eben auch immer auf den Griffstand gestellt werden. Aber ich sehe hier nicht viel Gertriff. Und ich glaube auch nicht, dass es Beispiele gibt, die durch Winnetou spielen, die durch Winnetou vergleiten oder Winnetous-Geschäftigung, die dadurch Schaden genommen haben, oder auch die Indianer Schaden genommen haben, dann gegebenenfalls. Ich sehe es ja immer so, warum interessieren wir uns für Indianer zehnmal mehr, Sie haben es vorhin ja angefordert, als für die ganzen anderen Individuen-Völker, wo wir nicht immer wissen, wie sie heißen, verreißen, und so ungefähr. Und das ist doch was Positives. Absolut Positives zu sehen, dass wir die Indianer so schätzen. Genau, und das ist ja im Prinzip eine Ableitung aus den Sagen, aus den Geschichten, die Karl May entwickelt hat, weil Winnetou ist eine fiktive Figur. Aber nehmen wir doch die Alternative, wir beschäftigen uns auch nicht mehr mit den Indianern. Das wird doch nicht so sein, dass wir uns deswegen mehr mit den beschäftigen. Im Gegenteil. Wenn wir also sagen, wir dürfen das nicht machen und das ist alles negativ, dann wäre das nicht die Quinte selbst davon, dass wir uns genauso mit den Indianern interessieren, nicht nur die einen, sondern von Australien, die einen, die einen, glaube ich. Oder so. Also, da können wir relativ wenig hier bei uns wissen. Aber gäbe es dann einen Autor gegeben, der über Australien einen australischen Oldstädter-Empf geschrieben hätte, würden wir uns wahrscheinlich heute dafür interessieren. Und das ist doch positiv. Also, da können, ich meine, es sind auch die Indianer, ich glaube, dass es viele Indianer gibt, wenn sie davon erfahren, von keinem Mai erfahren und so was, die dann immer gesagt haben, oh, die sind ja toll. Und so. Und natürlich gibt es auch immer ein paar, die irgendwas, aber die gibt es, die wird es heute, die gibt es immer mehr. Die wird immer gut. Ja. Also, die Regel ist auch hier mit den Indianern, die ja ab und zu auf ihren Hoseon kommen, dass es eher positive als negative kommen kann. Aber ich würde ihr Schlusswort so auch ganz gerne stehen lassen und noch ein paar Minuten gerne unseren Gästen die Möglichkeit geben, mit Kommentaren oder auch gerne Fragen die Chance zu nutzen. Man kann ja die Fragen auch weitergeben, die wir auch nicht gestellt haben, ja, die wir in den eigenen Verhauten haben. Und wir werden Erfahrungswerte noch hier in den Raum werfen, über die wir diskutieren. Haben Sie dann dazu, ja, bitte sehr, Herr Griesbach. Ich sage mal, die ganze Jahre mehr, also mit der Indianerbegeisterung, die da schon angesprochen wurde, mit als Indianer begleiten, Indianer spielen, Filme und dergleichen. Es gibt ja noch eine Sache, die ich auch mal sehen, vor allem würde. Eine Form der Indianerbegeisterung ist ja auch, ich sage mal, die kann mal Fendtchen, wo verschiedene, also wilde Geschichten neu geschrieben werden. Es gibt eine Reihe Sechstende Bild bis Testament. Dann gibt es diese rote Reihe von Herrn Mayheinecke. Also wo es das ja auch irgendwie, die Worden das ja auch nicht schreiten, denn die sich nicht für uns selber begeistern würden. Da habe ich einfach mal. Bei den Büchern, wo ich jetzt die Anfalt der Verbreitung nicht kenne, haben Sie da das Gefühl, dass ich das positiv auf Karl Mayhektüre im Umkehrschluss ausüge? Ja, ich glaube eher, dass es gelesen wird von Leuten, die schon Karl Mayhe gelesen haben. und gerne mehr lesen wollen. Und, also auch, zum Beispiel, Herr Mayheinecke, da ist eine ganze Fan-Gemeinde, die also seine Sachen ganz toll finden. Und wir haben ja nicht zuletzt, auf dem letzten Jahr auch ein Buch von ihm gebracht und sind dabei, wahrscheinlich noch eins zu bringen. Und, das ist, weil tatsächlich auch dafür eine Klientel da ist. Und zwar, ja, ich meine, im neuen Karl May gibt es halt so nicht mehr, weil es ist sehr schön, wenn wir noch paar Manuskripte irgendwo versteckt hätten, aber den ist leider nicht so. Und, selbst wenn mal irgendwo noch Kleinigkeiten aufgetaucht sind, da haben wir uns eben keine neuen Winnetou-Geschichten und keine Orient-Geschichten. aber deswegen ist diese sogenannte Prastition, wie ich das auch mal lernen müssen, also Nachschreibung oder Fan-Fiction, wie sie es eben dann nennen, bei vielen, die eben schon durch sind, kann man eben. Irgendwann hat man ja Wahle gelesen. Und dann ist man dankbar, dass es da noch weitere Geschichten gibt. Und, ich meine, die einen, wir haben ja im Orient-Bereich, haben wir ja da auch einige schon gebracht gehabt und mit dem Buch auf einem von Herrn Maynick jetzt auch mal einen ersten Winnetou. Und der kam sehr gut an. Also die Bibliotheken waren gut. Also und die erste Auflage war relativ rasch verkauft. Und deswegen, also scheint ein Bedarf dafür da zu sein. Ob man jetzt über den Umweg zu Karl May flüchtet, das glaube ich eher nicht, sondern eher umgekehrt. Und mir mag es jeder, dieser Schreiber, verzeihen, Karl May ist nun mal der Beste. Das wird auch noch so bleiben bei einigen Erzählungen. Ich glaube, in meinem Leben werde ich keinen besseren kennenlernen gehen. Bitte sehr. Ich möchte noch zum Thema etwas sagen, politische, also... Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Mein Name ist Freisdorf. Nur, dass es dann zu hören ist. Danke sehr. Also ich persönlich bin mit Karl May groß geworden. Ich habe übrigens mit sechs gegen den Rat aller Erwachsenen mein erstes Karl May-Buch gelesen. Sehr früh, ja. Und bei mir war das der Anlass, mich dann so mit 17, 18 für die richtigen, echten Indianer und deren Kultur zu interessieren. Und ich glaube, das ist bei vielen, wo die Menschen schätzen das schon, dass das eine Fiktion und verklärt ist und es erwächst, aber daraus eine Fiktion sich dann mit Indigenkulturen zu befassen. Und das Zweite mit dem zum Thema, dass das heutzutage nicht mehr aktuell ist, dass es keine Filme mehr gibt. Ich glaube, dass dieses idealisierte Bild der Indianer als die mit der Natur im Einflang lebenden Menschen, dass es ein bisschen übernommen wird, jetzt auch in diese modernen Transfiction-Geschichten. Jetzt fällt jetzt spontan nur der Film Avatar ein. Das war ein Riesenerfolg. Und diese Kultur, die da dargestellt wird, das meiner Ansicht noch ein bisschen was von diesem als Ideal mit der Umwelt im reinen Indianer übernommen. Das war so. Mit dem Vergleich mit Avatar ist das gekommen und war meistens als moderner Kalmais sogar bezeichnet worden. Das störte ich auch gerade nicht zum ersten Mal. Darf ich da eine Rückfrage stellen? Wie war das denn? Also dann sind Sie über Kalmai eben zu den wirklichen indigenen Kulturen gekommen. Wie war dann Ihre Einstellung gegenüber Kalmai? Haben Sie das dann beiseite geschoben und abgelehnt? Überhaupt nicht. Im Kalmai war immer für mich so ein... Also das ist auch jetzt noch so, ich gebe das zu. Mein Kalmai steht in Deutschland, ich gebe inzwischen im Ausland. ich habe aber in meinem Haus meiner Eltern das Karnaid-O-Pregal habe dort, wo ich jetzt lieber auch möchte. Das ist für mich Rückzug. Da wird ausgeblendet, das ist meine Welt, wo ich mich einfach innerlich erholen kann. Ich weiß, dass das Fiktion ist und die Beschäftigung mit den Rechten in den anderen, das ist eine ganz andere Fiktion. Das ist dann auf der Verstandesebene. Kalmai ist die Herzenesebene. Das finde ich aber sehr gut, weil es ist nicht selbstverständlich. Wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, das ist aber wohl doch eher eine Minderheit, aber die dann dürfen dann auch sagen, na, Kalmai ist ja eben die richtig sagen, eine Fiktion, eine Verklärung und dann sich abwenden davon, was das Beispiel. Also, da ist es so, wie Sie sagen, richtig, weil so haben Sie ja ein interessantes Thema eben erst gefunden, durchkammer. Das ist nicht, was man da ein Negatives dicken könnte. Nee. Okay. Danke. Ja, Herr Rätschle. Bei, kann ich mich selber noch vorstellen, bei Gesprächen mit Indianern, die teilweise mal in MyFilme reingeschaut haben, kam immer bei allen ein Kopfschüttel zu einem Mist, zu einem Quatsch. Aber die Musik, die Musik ist ein Traum. Wenn wir so eine Musik hätten in Amerika, jeder in Deutschland, wenn diese Musik erflenkt, weiß kaum ein Indianer. Das wäre für uns eine Hymne. Wenn jemand in Amerika drei Takte anspielen, alle sagen Indianer. Super. Und waren super begeistert. Jetzt noch mal zu diesen Figuren. Ich denke, dass ein Großteil dieser Figuren am Anfang sicherlich etwas mit Mai zu tun hatten, sich dann aber von Mai gelöst haben. die derzeit bestimmte Figuren, die hergestellt wurden, so wie Sonneberg und so weiter, hatten die Fachbezeichnung Winnetou, als Chatterhand und so weiter. Der Füb da, der so darstellt, war immer der Winnetou. So ist er auch in Handel gekommen. Es gibt aber hier im Gästebuch einen Eintrag von dem Dresdner Spielwarenhersteller, der auch seinerzeit neben Buddy Karl Mais auch mit annonciert hat, mit seinen Figuren, dass er hier im Museum gewesen wäre. Seine eigenen Figuren wären fantastisch, aber diese Figuren, die Buddy hier rumzustellen hat, ist natürlich noch viel viel schöner. Und es gibt auch vom Professor Hösle, also seinerzeit Gestaltungsdirektor Porzeline in Meißen, gibt es Vorschläge und Modelle für solche Figuren, die als Spielfiguren gemacht sein sollen. einige sind gemacht, das ist nachweisbar. Die werden sogar jetzt noch produziert, keiner weiß, dass sie eigentlich aus Meißen können. Und es gibt auch wie gesagt auch noch Modelle, die nicht produziert worden sind. Das ist nochmal eine ganz eigene Sammlungsstrecke, diese Länden, das da. Zum Thema Merchandising bin ich überhaupt nicht Ihrer Meinung. Also wenn jemand in Deutschland das Merchandising herausgebracht hat, von dem jetzt immer noch studiert oder hat, dann ist es einfach Barle Bill. An dem wird sich immer noch gemessen, das wird immer noch studiert, wie er seine Werbung gemacht hat. Er hat innerhalb wenigen Jahren mehr rausgebracht als Karl Mai in über 100 Jahren. Also die sind damals 1890 gekommen. Wann ist der Winitou gekommen? Na? 93. Also selbst Karl Mai ist auf der Begeisterung von Barle Bill geschwommen. Dort ging es auch los. Er hat es dann verdient. Barle Bill war wieder zu Hause. Heutzutage kennt ihn kaum noch jemand in Deutschland. Mai in 50 Jahren wird auch niemand mehr kennen. Auch der Sache muss man ins Auge schauen. Barle Bill war der Mann, wo sie alle gelernt haben. auch jetzt noch. Also Barle Bill Merchandising wird auch jetzt teilweise noch gelehrt. Merchandising ist ein Artikel die massenweise verkauft ist. Ich kenne jetzt nicht viele Barle Bill Merchandising aber die gab es zu einer gewissen Zeit. Das widerspricht ja nicht. Ich weiß nicht wo jetzt da das Problem liegt. Ich meine Karl Mai gab es in den ersten 50 Jahren relativ wenig. Bis zu den Filmen gab das Merchandising relativ klein. In den 60 Jahren gab es wahrscheinlich kaum mehr Merchandising als zu anderen Produkten als zu Kalmai. Aber das widerspricht sich ja nicht. Wir haben ja nicht gesagt Karl Mai der erste war der Merchandising. Da gibt es ganz andere Themen auch noch. Die mit unseren Themen haben viel größer sind als unsere Themen. Also sowohl Karl Mai als auch Bar Bill. Aber das ist nicht das Wettbewerb. Er ist nur im Lesen der meist gelesen. Er ist nicht der meiste der größte Meister in den Merchandising. Da wäre es uns missverstanden. das würde ich jetzt da nicht sagen. Aber ich habe nur gesagt, es gab fast kein Produkt zu, was nicht irgendwie mit Kölner endet. Deswegen war das der mag. Das ist der Herr Dr. Wacker, und dann würde ich noch sagen, in Deutschland wird nicht Cowboy und Indianer gespielt. In Deutschland spielt man Indianer und Cowboy. Das ist eine ganz wichtige Sache. In Amerika spielt man Cowboy und Indianer. Bei uns war immer der Indianer die Nummer eins. Das ist ein Phänomen, was seinerzeit auf der kleinen Paddy herausgearbeitet hat. Und das Lustige ist, wenn man sich mit Indianern unterhält. Ja, das ist lustig. Natürlich haben wir auch Cowboy und Indianer gespielt, aber wir waren immer die Cowboys. Alle sind Indianer, weil wir wollten doch gewinnen. Wir wollten uns nicht immer geprügeln lassen. Wir waren die Cowboys. Es kommt ja auch etwas dazu, denke ich da, dass man auch gern auch mal was anderes spielt. Es gab, wie gesagt, heute da Leute, die das nicht gut finden, aber das ist eigentlich ganz normal. Das ist eben Fiktion. Man möchte eben was anderes machen. Ich gehe doch nicht auf zwei Fingern, ich stelle meinen Alltag dar. Ich will ja auch in die andere Rolle rein spielen. Genau, ich will ja was anderes machen. Eine Art Theater spielen, so für einen kurzen Moment. Oder irgendwas anderes sein, einen anderen Welt eintauchen. Und da war natürlich keine Reihe, wie man liebte diese Welt. Auch mal darzustellen, ideal. Und deswegen wird ja auch gern, der Indianer wird ja ganz leicht gesetzt. Also in Deutschland, das ist alles ein deutsches Phänomen. Auch wenn Sie sagen zu den Filmen, die, natürlich, es sind deutsche Filme. Ich meine, natürlich in Amerika hatten wir auch keinen großen Erfolg und das ist eigentlich nachvollziehbar. Ja, klar. Und ich bin überhaupt nicht in den englischsprachigen Raum, vor allem in Amerika, die nicht groß gut gebracht worden sind. Aber es ist auch so, wenn ich sage, der Vergleich da immer, wenn bei uns ein Japaner, irgendeine japanische Geschichte, die da sind, da wären, und die wären auch nicht in den letzten Jahren. Die Amerikaner warteten nicht auf den deutschen der fiktionalen Geschichten über ihren Landschreiben. Das ist, darüber nachzudenken. Ich habe es nie gewundert, dass er da nie so ganz erfolgreich war. Wollt er auch nicht sein wird. Aber dafür hier eben im Sinne. Ja. Zwei Sachen. Einmal, wie sehen die in die Amerikaner das? Wir haben ja mal den Schief der Mescalero-Rapache eine englischsprachige Ausgabe von Willetuch geschenkt. Und hoffentlich hat er auch alles gelesen, das weiß ich nicht, aber hoffentlich hat er es drinnen gelesen. Jedenfalls war die Reaktion, stimmt zwar alles nicht, was hier drinnen steht, auch die Botschaft ist richtig. Ich glaube ich viel mehr als mal warten konnte. Und zu den Anfängen nochmal. Das ist ja kurios, Karl May hat ja sein Orient mehr wie lieb wie Amerika. Trotzdem ist die Faszination zu Amerika. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass einmal, haben wir schon gesagt, dass Buffalo Bill, der schon vor ihm da war. Aber vor ihm waren schon andere. Möllhausen, Kerstdecker, die Berichte über Amerika bekommen. Unsere Dichterfürsten haben gereimt hier, Amerika, du hast es besser. Also das war schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Dann kam der Texas-Verein, die Deutsche Besiedlung. Also diese Faszination Amerika, die war schon vor Karl May da. Und die hat er natürlich auch aufgenutzt. Und deshalb ist auch mehr für Amerika, für Cowboys und die Indianer, die Stimmung als für Beduinen. Ja, wenn nur sollte man den Beduinen gegenüberstellen. Selbst Kaiser Wilhelm seine Reise 1898 hat nie viel gebracht. Es gab zwar da auch mal ein bisschen Orientbegeisterung in Deutschland. Aber diese Amerika-Begeisterung, die war eigentlich schon vorher da. Ja, und die Orientbegeisterung hat sich ja auch ganz anders manifestiert. Also über Möbel, über Architektur, über Äußerlichkeiten. Aber diese Begeisterung ist eine, die ja wirklich auch über die Kulturen, über die Menschen gibt, die Nordamerikanische Begeisterung. Und das spielt bestimmt, also es spielt bestimmt ineinander. Also deswegen vielen Dank für die Kulturen. Das ist ja auch die Auswanderung, was bei Hans jetzt war. Ja, klar. Es kannte ja eigentlich fast jeder, kannte jemand, der nicht mehr da war. Und wohin sind sie eben auch hoffentlich ausgewandert? Ja, aber das hat sich ja vorhin so andeuten wollen, mit dieser Amerika-Begeisterung, die eben einfach da ist. Natürlich hat die nicht gar nicht mehr erfunden, sondern die war eben schon vorher da, völlig richtig. Und er hat es nur mit seinen Geschichten nochmal, das Bild war schon beleitet, aber er hat eben dann eben eine Literatur dazu verpasst, die fleibend ist. Und deswegen habe ich auch die Hoffnung empfinde ich, also es ist ja schon heute, dass er weniger gelesen hat, aber er hat es ja jetzt schon länger geschafft, an der Spitze zu sein, wie ein anderer. Also es ist kein Leben, der auch das so schnell ablösen wird. Und ich meine, die anderen sind auch hochgeschätzt. Das ist immer der Vergleich, die sind richtig in Mönnhausen, Gerstegger, aber es ist nicht eben keiner. Und zwar schon mal nicht mehr. Und so gesehen ist eben Karl Meis, Gott sei Dank, in allem ein Phänomen. Ja. Ja, klar, in welchem Bereich. Ja, ich würde nochmal anschließen zu der Spielzeugsache. Also da jetzt ja gerade auch das Thema mit Buffalo Bill aufkam, und vorhin die Frage gestellt wurde, wie sich denn zum Beispiel diese Spielzeugtüte, die wir hier im Shop verkaufen, so zusammenstellt. Das ist nämlich genau der Punkt, das sind alles Elemente und Attribute, die die Kinder, also solche Tüten gab es ja schon vor 50, 60, 70 Jahren, solche Sammlersetzungen. Und das sind genau die Elemente, die man bei Buffalo Bill in der Show gesehen hat. Ja, da ist eine Postkutsche mit dabei, da sind Pferde mit dabei, da ist ein Tippi mit dabei, da ist vielleicht noch ein Kanu mit dabei, aber das sind alles so die typischen Wild-West-Indianer-Elemente, die ich so in meinem Kopf habe, die mir Karl May gebracht hat, die mir Buffalo Bill gebracht hat. Und so schließt sich natürlich auch die Zusammenstellung. Und jetzt mal auf die heutige Zeit betrachtet, warum, also was ich mich auch die ganze Zeit frage, warum jetzt Bulli-Land, das sind ja so, mehr oder weniger, diese Figuren, neben diesen Arcade-Figuren, die einzigen Indianer-Spielzeug-Figuren, die es eigentlich heute noch gibt. Also die man ganz normal kaufen kann, zum Spielen. Warum läuft das jetzt nicht so? Warum ist es so ein Problem, Indianern mal zu kriegen? Und ich weiß auch nicht, ob es einfacher wäre, wenn das Minutu wäre, ob das genauso läuft. Ich glaube einfach, der Markt ist einfach viel, viel heterogener, es gibt viel, viel mehr Angebot. Wenn ich mir überlege, bin ich hier aufgewachsen in den 60er, 50er Jahren. Aber ich glaube, zu der Zeit, da gab es weniger Spielzeug als heute. Da gab es eben Spielzeug für die Mädels und es gab Spielzeug für die Jungs. Und bei den Spielzeugen von Jungs, das war natürlich meistens das, was damals aktuell war und up-to-date war. Das waren Indianer, das waren Cowboys, das waren Ritter, das waren Piraten. Das zog sich noch vielleicht bis in die 80er Jahre hinein. Aber dann spätestens mit allen möglichen anderen Sachen, mit Star Wars, mit Herr der Ringe, mit Elfen, Einhörnern, Prala, Völlefanz, Harry Potter, erweitert sich ja so dermaßen der Kosmos und das Spektrum, dass heute Indianer und Cowboys eine Partie von vielen sind. Und da kann ich mich auch als Kind schon entscheiden, kaufe ich das oder ich habe hier noch die Elfen und die Einhörnern und die Fäden, die finde ich jetzt vielleicht ein bisschen spannender, weil die mir nochmal ganz andere Welten erschließen. Und zumal diese ganzen Cowboys und Indianerwelten, das sind ja auch Welten von meinen Eltern oder gar Großeltern oder Urgroßeltern. Das sind ja schon ganz von gestern und das ist auch schon ein bisschen Altbacken und Altbrüche und ich kann doch heute in ganz andere Welten entfliehen. Und ich glaube deswegen haben diese Figuren es auch einfach schwer und bei Yakari glaube ich ist es deswegen der Punkt gerade mit dieser Serie und mit diesen Figuren, bei Yakari zog einfach ganz ganz stark der Niedlichkeitsfaktor auf. Und es lag nicht unbedingt meiner Meinung nach an Yakari direkt an dieser Figur, sondern an dem Drum und Rum dieser Serie. Was spielt nicht bei Yakari? Da gibt es den kleinen Donner, das liebe niedliche Pferdchen, da gibt es den großen Adler, dann spricht er mit irgendwelchen Eichhörnchen, die sind alle niedlich und toll und süß gezeichnet. Und für so ein 4-5-jähriges Kind, das findet das toll und das verbindet es natürlich dann mit Yakari. Das ist ja vollkommen recht, aber der Erfolg von Yakari ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe als Kalmai. Also wir reden hier über Kinder, wo Kalmai im Prinzip bisher nichts zu bieten. Richtig. Und wir haben da ein paar Kleinigkeiten besucht, aber wir haben nicht die Durchsetzung Kraft. Das funktioniert auch nicht mit Kalmai. Ohne die Filmbegleitung von Yakari wäre Yakari auch uninteressant. Also es ist der Film, was ich vorhin auch andeutete. Und hätte Kalmai im Zeichentrickfilm einen Erfolg gehabt, gäbe es das heute, dass Yakari parallel als Winnetoums. Und das andere, was Sie sagten, die Marvel-Figuren sind eigentlich heute. Ja. Die Marvel-Kommission halt so überhaupt das Thema wie in der Literatur eben auch Fantasy in den Rand abgelaufen hat. Das ist kein Thema, das wird sich auch nicht so schnell umdrehen. Also wir werden nicht mit Kalmai alles zurückholen können. Wir haben nur die Hoffnung, dass er als überhaupt ein Dauerbild. Ich meine, viele sind einfach ganz weg vom Markt. Und ich denke, dass es Kalmai die Chance hat, aber nicht nur einen Nische verschubst, sondern aber als erfolgreiche Autor weiterzulaufen. Das ist er aber eigentlich, das haben Sie vorhin auch gesagt, eigentlich weiterhin. Wenn man wirklich guckt, also das ist ja unglaublich, dass das Segelberg seit 10 Jahren ein Besucherrekord nach dem anderen macht. Und wenn man nicht dort ist, glaubt man es eigentlich fast gar nicht. Und ich bin eigentlich jedes Jahr dort. Und du kriegst ja teilweise, wenn du nicht ein halbes Jahr im Voraus Karten bestellst, gar keine Karten mehr. Und das Stadion ist selbst am Nachmittag mit 8000 Leuten komplett voll besetzt, auch unter der Woche. Und du denkst, die Leute ziehen, also glaubt wirklich, dass da 400.000 Leute, die es ja da waren, und mit den anderen Bühnen hochgerechnet ungefähr 10 Kalmai-Bühnen in ganz Deutschland, in Österreich, Schweiz, da hast du 700.000, 800.000 Leute. Dann laufen Weihnachten und Ostern immer die Klassiker. Dazu gehört neben Sissi eben auch die Kalmai-Bühne, wo auch jetzt wieder Weihnachten so, die haben relativ gute Besucher, Zuschauerzahlen. Es gibt jetzt eben diese Sparte mit diesem Kostüm, wo ich denke, dass die vor allem bei den Erwachsenen gut ankommen, weil die eben sagen, oh Karneval, gehen wir heute mit meinen Freunden weg, ich vergleiche mich mal als Schochi. Ist doch lustig, haben wir einen Film gesehen. Bei Kindern muss man gucken, wie es läuft. Die haben halt auch viele, viele andere Sätze. Also von daher ist ja Kalmai eigentlich noch aktuell. Mit dem Buch hat er ein bisschen die Probleme. Aber das kommt vielleicht wieder. Ja, das hängt aber mit dem Lesen auch zusammen. Und Vorurteilen, die gegen sie schon anzukämpfen hat. Das ist eben, wir haben heute eine andere Gesellschaft. Die vielen profitieren eben davon, dass man sie heute halt lieber unterhalten lässt. Und das ist unglaublich und jeder kennt das aus seinem Umfeld, wie viele Leute es gibt, die auch offen zugeben, dass im Jahr kein einziges Buch ist. Man muss das eben einfach sehen. Also ich meine, ich finde die Entwicklung als Verleger sowieso, aber generell natürlich negativ. Aber sie ist Realität. Haben wir da hinten noch eine Wortmeldung? Wenn Sie Ihren Namen nennen würden. Ja, bitte? Wenn Sie Ihren Namen nennen würden. Absolut. Angelika Weimann. Ja, danke. Wir haben vorhin angefangen mit der Bemerkung, dass man eigentlich zum Indianer ohne Karmei kaum kommen kann. Dem wollte ich widersprechen, weil ich bin ja zum Beispiel da wirklich, oder ein gutes Beispiel dafür. Ich bin nämlich hier in Meisen geboren, vor über 60 Jahren. War als Kind schon hier im Karmei-Museum. Aber es gab für uns kein Thema Karmei zu der Zeit in der DDR möglicherweise. Und wir hatten andere Vorbilder. Klar, es ging los mit den Goyker-Filmen, Söhne der großen Bären. Aber wir haben dann auch angefangen zu lesen. Zum Beispiel, hier sind der Gewetzker-Fenrich, Wustmann und so weiter. Also wir hatten auch Möglichkeiten, uns damit zu beschäftigen ohne Karmei. Und ich muss es jetzt auch ehrlich zugeben, ich habe es mal versucht. Ich bin aber vom Naturell her eher jemand, der sich gerne mit realistischen Sachen beschäftigt. Mit Biografien und wahren Geschichten. Ich bin jetzt kein Vertreter von oder Interessent für Fantasie-Geschichten. Und ich habe mich praktisch dann auch mit den Büchern nicht anfreunden können. Das ist mir alles zu langatmig, zu fantasiereich. Aber das ist ja eine Ansichtssache. Das ist ja jetzt nichts Negatives. Was mich am meisten eigentlich immer noch an dieser Geschichte stört, ist, dass das Fiktive, was er gemacht hat, was er sich eigentlich seiner Fantasie ausgedacht hat, was zur Unterhaltung auch dient. Und das finde ich völlig okay, dass das so sehr praktisch dann gesehen wird als die wahre Geschichte der Indianer. Dass das sozusagen sich trifft und dass man davon ausgeht und der Großteil der Menschen einfach davon ausgeht, Aha, das war das Leben der Indianer. Und das ist eben leider überhaupt nicht der Fall. Und auch diese ganzen Dinge, wie wir sie hier vorne sehen, sind für jemanden, der sich doch eher für dieses wahre Leben dieser Völker interessiert, kontraproduktiv. Also unser einer mag das nicht so, dass man dann Indianer mit Stirnband verbindet und ähnliches, was ja im Prinzip nie stattgefunden hat. Und zu der zweiten Geschichte mit der jungen Generation. Ich meine, ich mache halt das Hobby nun, das Indianer Hobby seit über 40 Jahren. Habe es natürlich auch versucht, meine Kinder nahe zu bringen. Mittlerweile meinen Enkeln, die jetzt 12 und 14 sind. Ich sage es ganz ehrlich, das ist mir nicht gelungen. Also genau das, was sie sagen, lesen findet nicht mehr statt. Egal. Man kann denen vorlegen, was man will. Nö, machen wir nicht mehr. Und ich habe eine herrliche Burg zu Hause, eine Cari-Burg, so eine ganz alte. Ich habe sie meinem Enkel hingelegt, die E-Mail-Kippe ausgepackt. Geht nicht mehr, die ganzen Figuren. Ja, Cari war klasse für die Enkeltochter eine gewisse Zeit. Aber dann war es halt auch wieder vorbei und die Einhörner haben gewonnen. Also das sind schon Entwicklungen, wo man sagt, es ist wirklich schwer. Und ich wünschte es, dass das, was es eigentlich ist, dass es die Menschen unterhält, dass es die Fantasie anregt, dass es einfach Spaß und Abenteuer ist, dass das bleibt. Aber wie gesagt, diese Verbindung zum wahren Leben der Indianer, das sollte eben nicht immer wieder so stark stattfinden. Die wird eigentlich auch von keiner der Institutionen propagiert, würde ich mal sagen. Also ich weiß nicht mehr, wo sie da die schlechten Erfahrungen gemacht haben, dass Karl May das Indianerbild heutzutage prägt. Das mag vielleicht stimmen zu Karl Mays Zeiten, als man nicht die Möglichkeiten hatte, sich so umfassend zu informieren wie heute. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass Karl May heute irgendwie das Bild der Indianer wäre. Also das würde ich aus heutiger Sicht ein bisschen als Weltkandidat sehen. Also ich meine, es ist ja nun sehr leicht alles nachzulesen und zu festzustellen, dass Karl May eben Fiktion ist, wie sich auch wichtig sagen. Schöne und eben die Fantasie anregt und wir in Fantasiewelten uns bewegen bei Karl May. Und es ist schön, wenn man die Indianer auch anders finden kann. Auch mein Interesse zum Beispiel, die Indianer ist durch Karl May gekommen. Aber das ist natürlich auch bei jedem anders. Und das ist ja nix nicht. Und ich wollte es auch nur so dargestellt haben, dann wäre etwas Positives, dass man eben dazu kommt. Und man kann natürlich zu verschiedenen Themen auf verschiedene Wege gelangen. Und ein Weg ist wie Karl May. Und sicherlich auch vorher, wir haben es gehört, die ganzen, die es schon vorher gab, die uns das nahe gebracht haben. Aber bleibt da immer noch das Ungewöhnliche, dass Sie eben auch über eine Autorin, wenn Sie sagen, Frau Wetzko-Fendrick oder so, haben Sie ja zugesehen vielleicht trotzdem einen ähnlichen Weg gehabt. Nicht über Karl May, sondern über eine andere. Ich meine, das ist doch eigentlich eine Parallele. Selbst der Niedergang bei der Wetzko-Fendrick-Bücher ist die selbe Parallele zum Mai. Die kennen Sie heute auch. Ja, die hatten wir immer besucht, an Herrn zu sein. Aber der Erfolg ist doch schon an. Ne, aber es ist doch genau selbe. Also gucken Sie bei Ebay weiter. Aber kennen Sie, ein Grammai-Band kriegen Sie für einen Euro. Den Wetzko-Fendrick kriegen Sie auch für einen Euro. Allerdings, das ist mir, tut mir natürlich sehr weh, aber ich muss es da hinlegen, weil es liegt an dem riesigen Erfolg. Weil halt nun mal, ich meine, wenn Sie 100 Millionen Bände auf dem Markt mal geworfen haben, von Karl May, dann ist es zwar, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich möchte jetzt einmal sagen, dass wir keine Kinder haben und auch nicht mehr einen bekommen. Aber auch andere Naturkatastrophen oder sonst was, diese Bücher vergehen, geben nicht einfach. Sie sind da. Und deswegen ist dieser Gebrauchtmarkt zu groß. Und deswegen leben wir auch heute mehr davon, dass eben auch Bücher erste Bücher verschenkt werden und man Gott sei Dank nicht das Ebay-Buch für ein Euro kauft und dann weiter verschenkt, sondern als Geschenk sich dann noch ein neues Buch kauft. Aber das ist durchaus unser größter Konkurrenz, nämlich wir selber und unser Erfolg für meine Vorgehene. Dann kann man vielleicht als Schlusswort sagen, also wir hoffen, dass der Erfolg noch möglichst lange weitergeführt wird, idealerweise die nächsten 100 Jahre und damit einhergehend auch in welcher Ausprägung auch immer wie authentisch auch immer, der ja die Faszination, die Indianer-Begeisterung anhält, ob über Bühne, ob authentisch oder auch gleich nur als Hingucker im Karneval. Also es ist in jedem Fall etwas, was eine lange Sichtbarkeit haben wird. Und da wünschen wir Ihnen natürlich, dass Sie Ihren Anteil daran erfahren werden. Vielen herzlichen Dank, Herr Schmidt, fürs Kommen und Ihnen vor allem fürs Mitdiskutieren und für Ihre wertvollen und wichtigen Kommentare. Dankeschön. Vielen Dank.